Ich bin nicht Berg Quils, ich bin heute in der Wildnis unterwegs für Checkknife68. Etwas ekeliges zu finden. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr mit. Also los! Ich bin schon seit Stunden unterwegs. Immer noch nichts zum Essen gefunden. Das ist Wahnsinn. Moment mal. Da ist was. Komm mit. Komm. Mal kaufen. Eine echte wilde, roten wilder Schnecke. Die hole ich mir jetzt. Du musst den Kopf abdrehen und schon ist sie fertig zum Essen. Proteine pur. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Wir gehen weiter. Ich mache mir jetzt schnell einen Grabstock und dann gucke ich mal, ob ich ein paar Larven finde. Los geht's. Ich glaube da ist was. Ich glaube da ist was. Ich glaube da ist was. Schaut mal hier. Das müsste ein Rosenkäferlarve sein. Jetzt habe ich in die Brennnessel gelangen. So ein Scheiß. Schleifig. Klipprecht. Schmeckt aber nach Ei. Okay. Das ist der Rest. Vielleicht finde ich noch eine. Ich glaube das war es erstmal. Ein Happen würde ich noch vertragen. Vielleicht finde ich noch was im Gras. eine Wüstenheuschrecke. Die ist bestimmt eingeschleppt. Vormagen. Sprungbeine weg. Das ist ganz wichtig. Die bleiben dir im Hals hängen. Flügel. Können wir noch einen Angelköder draus bauen. Da kommt das ganze Eigelb raus hier. Ah. Die Füße machen wir auch mal ab. Noch einer. Heustrecken. Das pures Protein. Nur weiter zu empfehlen für alle Fitnessstudio Typen. Schmeckt wie ganz intensives Eigelb mit einer leichten Cashewnote. Schweine könnte ich gerade noch essen. Macht's gut. Wir sehen uns wieder. Draußen in der Wildnis. Euer Nicht-Bär-Grills.